Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich für euch die schwedischen Medium-Panzer, von denen es bereits Stats gibt, vorstellen. Zuerst schauen wir uns aber mal den gesamten Tech-Tree an, der bis jetzt von Wargaming veröffentlicht wurde. Beginnen tut der ganze Tech-Tree mit dem STRV FM-21. Dabei heißt STRV Stridswagen, was so viel wie Kampfpanzer heißt. Der erste ist der Light Tank, der Tier 1 und weiter geht es dann in zwei Tech-Trees oder zwei weitere Zweige über. Die einen sind die Tank-Destroyer und die anderen sind die Light Tanks, die dann ab Tier 4 in die Medium-Tanks übergehen. Bei den Light Tanks oder Medium-Tanks haben wir da den STRV M38 auf Tier 2, den STRV M40L auf Tier 3, den Lago auf Tier 4, den STRV M42 auf Tier 5, den STRV 74 auf Tier 6, den Neo auf Tier 7, den Emil auf Tier 8, den Emil 2 auf Tier 9 und den Kranwagen auf Tier 10. Weiter geht's mit den TDs. Da heißt der Tier 2er P-VL-VV-FM 42, auf Tier 3, den IKV 72, Tier 4 den SAV M43, auf Tier 5 den IKV 103, auf Tier 6 den IKV 65 Alt 2, auf Tier 7 den IKV 90 Typ B, auf Tier 8 den UD ES 03. Weiter geht's auf Tier 9 mit dem STRV 103 0 und auf Tier 10 haben wir dann den STRV 103B. Da es noch nicht für jeden Panzer Daten gibt, werde ich in diesem Video hauptsächlich einen Blick auf die Medium-Reihe werfen und auch da fehlen einige Panzer, unter anderem der STRV M40, das ist der T3, der Lago, der T4, der Emil 2, der T9 und der T10. Für all diese Panzer gibt es noch keine Stats, die anderen sind bereits vertreten mit Stats, Bildern und weiteren Informationen, die wir uns jetzt anschauen. Beginnend mit dem STRV FM 21, das ist der Tier 1er, der hat 130 Hitpoints, eine Engine von 55 PS, wiegt 9 Tonnen, hat eine Maximumgeschwindigkeit von 20 kmh, eine Viewrange von 290, eine Front-Wannenpanzerung von 14 sowie Seite von 14, eine Turmpanzerung von 14 sowie Seite von 14. Zur Auswahl scheint es wohl mindestens zwei Kanonen zu geben, einmal eine 20mm Kanone, eine Autololler-Kanone mit dem Damage von 12 und einer Penetration von 27 bei einem DPM von 694 und ein Reload von 7,6, eine Genauigkeit oder fast Ungenauigkeit von 0,5 und einem Aim-Speed von 2,5. Außerdem hat der Panzer eine 37mm Kanone mit 40 Damage und 33 Penetration. Weiter geht's mit dem STRV M37, dem Tier 2er. Das ganze Ding hat 190 HP, 160 PS, ein Gewicht von 9,1 Tonnen, Maximum-Speed von 45 kmh, eine Viewrange von 300, eine Wannenpanzerung von 18 an der Front und 16 an der Seite, genau das gleiche auch am Turm, eine 37mm Kanone, aber nicht die von einem 1er. Dieser hat 40 Damage und 55 Penetration, ein DPM von 1251, eine Genauigkeit von 0,4, einen Aim-Speed von 1,5 und einen Reload von 1,9 Sekunden. Außerdem eine 20mm Kanone als Autoloader mit 14 Damage, 31 Penetration und dann hat er letztendlich tatsächlich sogar noch die 20mm Autoloader-Kanone von dem T1er. Wie anfangs erwähnt, wir haben beim T3er sowie beim T4er alle Stats. Deswegen gehen wir weiter direkt zum Tier 5er, dem STRV M42. 450 HP, 410 PS, 22 Tonnen mit einem Max-Speed von 45, einer Viewrange von 350, einer Wannenpanzerung von 55 und an der Seite 30, genauso wie beim Turm. Bestückt kann er werden mit einer 75mm Kanone, die 150 Damage hat und 15 Penetration bei einem DPM von 1800, einer Genauigkeit von 0,393 und einem Aim-Speed von 2,4. Die nächste Kanone ist eine 105mm, hier gibt es nur den Damage und die Penetration, der Damage beträgt 350, die Penetration 100. Die andere Wumme, die dritte Wumme, ist eine 57mm Kanone, auch hier gibt es nur Damage und Penetration, der Damage beträgt 75 und die Penetration 91. Der 6er der schwedischen Reihe, der STRV 74, hat 750 HP, 340 PS, wiegt 26 Tonnen, schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 45, eine Viewrange von 360, eine Wannenpanzerung frontal von 55, seitlich von 30 und eine fast nicht nennenswerte Turmpanzerung von 20 frontal, 20 seitlich. Kanonen hat er eine 7,5cm mit 150 Damage, 148 Penetration, einer DPM von 1770, einer Genauigkeit von 0,316 und einem Aim-Speed von 1,73. Die nächste Kanone ist ebenfalls eine 7,5cm mit 150 Damage und 120 Penetration, dann gibt es noch eine andere, ebenfalls eine 7,5cm Kanone mit 150 Damage und 115 Penetration. Auf Tier 7 haben wir dann den Leo mit 1100 HP, 650 PS, einem Gewicht von 25 Tonnen, einem Maximum-Speed von 60 kmh, einer Viewrange von 370, einer Frontwannenpanzerung von 70, 30 an der Seite, eine Turmpanzerung von 70 und 35 an der Seite, eine 10cm Kanone mit 300 Damage, 155 Penetration, einer DPM von 1722, einem Reload von 10,4 Sekunden, einer Genauigkeit von 0,38 und einer überraschenden Aim-Time von 278. Wobei ich hier sagen muss, ich glaube da fehlt ein Komma oder ein Punkt und ich glaube es ist 2,78, was immer noch okay ist, auf jeden Fall. Außerdem verfügt er noch über die 7,5er, beiden 7,5er vom Vorgänger, auf die ich jetzt nicht groß noch eingehen werde. Und zu guter Letzt haben wir den Tier 8, den Emil. 1500 HP hat er, 550 PS, ein Gewicht von 28 Tonnen, eine Geschwindigkeit oder eine Maximumgeschwindigkeit von 45, eine Viewrange von 380, eine Wandpanzerung frontal von 100, seitlich von 20, eine Turmpanzerung von 180 mm frontal, 35 an der Seite, Kanonen hat er eine 10,5 cm Autoloaderkanone mit 320 Damage, 277 Penetration, einer DPM von 1,8, einen enormen Reload von 37 Sekunden, wobei die Schüsse zwischen den Sekunden, dort gibt es einen Reload von 3,75, die Genauigkeit beträgt 0,36 und der Aim-Speed 2,88. Die zweite Kanone ist ebenfalls eine 10,5 cm Kanone mit 320 Damage und 179 Penetration. Das war es soweit von den Sets, von den ersten Mediums, die geleakt wurden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich habe das Ganze etwas anders vom Off-Wall gemacht. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ein dickes Danke an VotClue oder VotExpress aussprechen und an Edrad, Edrad? I hope it's correct. Edrad A. aka VotNews.com. Diese haben mir erlaubt, Footage aus ihren Seiten oder der geleakt wurde über ihre Seiten zu verwenden in meinem Video. Daher konntet ihr jetzt auch hoffentlich zu einigen Panzern Videomaterial sehen und so wird das in Zukunft auch laufen, dass ich tatsächlich, wenn Videomaterial da ist, auch Videomaterial einfügen kann und darf. Das heißt, es wird alles etwas anschaulicher. Soweit, so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tötelö. Soweit, so gut.